In diesem Teilvideo geht es darum, wie ich das Galaxy Tab S6 Lite produktiv nutze. Wie ihr vielleicht schon seht, habe ich hier meinen Notebook und mein Tablet, denn ich verwendete die beiden gerätigen Kombinationen. Generell das meiste mache ich an meinem Notebook. Da schaue ich mir die Vorlesungsvideos an, ich verwalte meine Dateien. Und am Notebook, das nutze ich eigentlich immer dann, wenn ich etwas zu schreiben habe oder wenn ich irgendwelche PDFs oder Dokumente zu lesen habe. Ich zeige euch einfach mal, wie ich das Ganze aufbaue. So, jetzt sind wir auch schon im Bildschirm vom Tablet. Bevor ich euch zeige, wie ich eigentlich Notizen schreibe und wofür ich das Tablet verwende, gehe ich erstmal in meine zentrale Dateiverwaltung, Google Drive. Wer nicht weiß, was Google Drive ist? Google Drive ist ein Cloud-Dienst, der wird angeboten von Google. Da bekommt man, wenn man ein Google-Konto hat, was die meisten ja mit einem, also eigentlich jeder mit einem Android-Gerät hat, bekommt man 15 GB internen Cloud-Speicher kostenlos. Und so habe ich einfach ein Konto angelegt, in dem ich meine ganzen Studiendateien drin habe. Das Schöne daran ist, ich verwende einen Cloud-Speicher und speichere es nicht direkt auf dem Gerät, da ich die Dateien sowohl am Handy einsehen möchte, als auch am Laptop. Das meiste mache ich sowieso am Laptop. Also Videos anschauen. Ja, im Endeffekt ist das ja das meiste, oder das Zoom-Meetings betreiben. Das geht in den Tablet natürlich auch, aber ich mache es am Laptop lieber. Das Tablet verwende ich dafür lieber, um zum Beispiel etwas zu schreiben, wie Zusammenfassungen oder Zeichnungen, die ich irgendwo einfügen möchte, zum Beispiel am Computer. Das Schöne an Google Drive ist jetzt, dass ich auf meinem Rechner einen Ordner habe, der auch einfach Google Drive heißt und er beinhaltet genau diese Ordner, die ihr gerade sehen könnt. Also in Books zum Beispiel Bücher aus der Bibliothek. Shared Tablet ist ein Ordner, mit dem ich einfach Dateien zwischen Laptop und Tablet austausche. Zeige ich euch auch gleich mal. Module, das zeige ich euch mal. Hier sind meine ganzen Ordner drin für Studium. Hier jetzt die aktiven Ordner vom aktuellen Semester. In Erledigt zum Beispiel sehen wir dann, okay, wir haben zum Beispiel im Sommersemester diese Fähe gehabt und in Technische Mechanik habe ich dann Technische Mechanik 1 und 2. Und bei 2 sieht man dann zum Beispiel Arbeitshilfen, Zusammenfassung, Formelzettel, Übung, Vorlesung, was dazu gehört. In diesem Stil habe ich das so ziemlich für jedes Fach aufgezogen. Und das Schöne ist einfach, wenn ich das Stromkabel bei meinem Notebook einsteche, sind diese Dateien auch immer gleichzeitig offline auf meinem Notebook gespeichert. Wenn ich ein Dokument jetzt zum Beispiel hier auf meinem Tablet speichern möchte und auch dauerhaft haben möchte, auch wenn ich kein Internet habe, dann gehe ich hier einfach auf die Punkte und gehe auf Offline verfügbar machen. Dann wird das heruntergeladen, ist schon fertig und ich kann das Dokument einfach einziehen. Ich gehe jetzt hierfür einfach mal auf die Prüfungsordnung drauf. Dann sieht man hier die Prüfungsordnung, das ist ein PDF. Und wenn das jetzt zum Beispiel Folien wären, ein Foliensatz oder ein PDF-Skript, kann ich oben rechts auf die Punkte gehen, kann dann auf Öffnen mit. Wenn ich da eben was reinschreiben möchte, gehe ich auf Samsung Notes. Wenn ich etwas lesen möchte, wähle ich zum Beispiel Foxit PDF aus, weil ich lieber in Foxit PDF lese. Dann haben wir hier das Dokument. Wir können das hier oben auf Speichern, auf dem Tablet speichern, dann ist es in Samsung Notes drin. Und wenn ich etwas reinschreiben möchte, gehe ich auf Bearbeiten. Da kann ich halt den Stift auswählen, kann reinschreiben. Ich kann Textmarker auswählen, kann Markierungen machen. Und wenn ich dann fertig bin, kann ich da oben wieder auf Senden gehen. Jetzt zum Beispiel PDF-Datei. Das ist dann halt so, wie die Datei vorher war, nur halt mit meinen Anpassungen. Und dann kann ich diese Datei entweder in Drive speichern, kann ich den Ordner manuell aussuchen. Oder was ich meistens mache, ist, ich nehme den Ordner Share Tablet. Den habe ich eben erstellt zum Dateiaustausch mit dem Tablet. Und dann ist die Datei auch schon im Google Drive hochgeladen. Und wenn ich dann in Google Drive gehe, wir haben es hier. Dann habe ich im Ordner Share Tablet den Prüfungsordnungen. Das ist das Dokument oben links hier. Ich habe es oben rechts hier. Da sieht man Datum und Uhrzeit vom Bearbeitungsstand. Dann kann ich das hier öffnen und habe hier eben das Dokument mit meinen Änderungen drin. Ich habe hier außerdem zum Beispiel auch Skizzen hochgeladen. Also das sind Handskizzen, die habe ich irgendwo eingefügt. Mit dem Hintergrund, dass ich das in ein Word-Dokument einfügen wollte. Ich habe es dann quasi im Tablet geschrieben, in den Ordner geschickt. Und das Schöne ist, was ihr jetzt hier seht, ist auch 1 zu 1 auf meinem Notebook. Wenn ich die App Backup & Sync von Google an meinem Laptop anhabe, ist das immer fast eine Echtzeitsynchronisierung zwischen den Ordnern, die ich in der Cloud habe. Die ihr auch hier sehen könnt. Und an meinem Notebook. Und Backup & Sync kann ich entweder manuell anschalten am Notebook. Oder eben, indem ich einfach das Stromkabel einstecke, den ich habe eingestellt, dass ich meine Cloud synchronisiere, wenn ich es am Stromkabel habe. Jetzt aber mal genug mit dem Dateiverwaltung. Wir gehen jetzt mal in Samsung Notes. Weil ich verwende Samsung Notes, wie ich schon erwähnt habe, zum Beispiel für Mitschriften bisher weniger, weil ich das Tablet noch nicht so lange habe. Aber hier zum Beispiel habe ich eine Zusammenfassung für Physik geschrieben. Und da sieht man schon, ich habe Bilder eingefügt. Ich habe Sachen gezeichnet, Formeln eingerahmt, Formeln angemarkert. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Nach dem Export habe ich es dann auch ausgedruckt. Und die Qualität sieht bei einem Laserdrucker dann auf jeden Fall top aus. Wofür ich es aber eben auch verwende, ist, wenn ich zum Beispiel ein Word-Dokument habe. Und ich will irgendwas hineinskizzieren. Also ich will irgendwas in mein Word-Dokument einfügen. Eine kleine Handskizze zum Beispiel. Dann nehme ich zum Beispiel einfach irgendein Dokument. Das ist jetzt, also, das ist eins, wo ich jetzt extra für so Skizzen verwende. Die lösche ich dann auch wieder irgendwann. Dann kann ich da hineinskizzieren, was ich hineinskizzieren will. Und dann kann ich das Ganze über das Senden-Logo als Bild wieder in den Ordner ShareTablet schicken. Sobald das Hochladen hier eben fertig ist, wie ihr sehen könnt, ist es jetzt fertig. Ist die Datei in der Cloud im Ordner ShareTablet? Ich sollte mir das vielleicht ein bisschen anders anzeigen lassen. Gibt es da eine Liste? Ah, das ist die Liste, okay. Ich hätte es nämlich gerne nach zuletzt geändert. Ah. Und dann sehe ich hier oben links. Das ist mein gerade exportiertes Bild. Und das kann ich dann zurechtschneiden, wie ich es brauche für ein Dokument zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwas skizzieren möchte. Und es jemandem senden möchte zum Beispiel. Wenn jemand eine Frage hat, wie zum Beispiel hier jetzt, seht ihr eine Aufgabenstellung. Dann kann ich jemandem das Bild schicken und kann es jemandem erklären. Das ist eigentlich ganz nett. Zu guter Letzt noch. Was ist eigentlich zwecks Datensicherheit, wenn ich alles mit der Cloud mache? Ich selber. Da zeige ich euch auch mal kurz, wie das am Notebook aussieht. Wenn ich quasi den Ordner Google Drive öffne, habe ich hier meine ganzen Dateien. Und ich mache jetzt so ungefähr einmal im Monat. Packe ich alle diese, also diesen ganzen Google Drive Ordner in eine ZIP-Datei. Das ist ein komprimiertes Format. Und das speichere ich auf einer externen Festplatte. Denn es sollte einmal irgendwas passieren. Gibt es natürlich auf Google Drive auf einen sogenannten Papierkorb. Da kann man die Dateien retten. Ich glaube, das kann ich sogar zeigen. Da gibt es den, genau, man sieht hier den Speicherplatz, den Papierkorb. Und das sind halt Dateien, die nach 30 Tagen gelöscht werden. Aber es sollte was passieren, kann man in diesem Papierkorb eben alles wiederholen. Aber ich packe mir eben zusätzlich immer diese ZIP-Dateien. Und wenn ich mit einem Programm zum Beispiel ein Backup von meinem Notebook generell mache, ist auch immer gleich mein Uni-Ordner mit gesichert. Zusätzlich, der Samsung Notes ist ja nicht in der Cloud. Samsung Notes wird auf dem Gerät lokal gespeichert. Gehen wir davon aus, ich habe irgendwas geschrieben, wie eine Zusammenfassung. Sie ist noch nicht fertig. Ich habe sie nicht im Google Drive. Dann sind diese Dateien auch gesichert, denn ich habe hier... Außerdem eine Samsung Cloud Synchronisation. Die wird aber demnächst abgeschalten. Ich habe aber auch eine Microsoft OneNote Synchronisation. Das bedeutet, die sind auch gleichzeitig in der Microsoft Cloud gesichert. Und sollte mal mein Tablet kaputt gehen, kann ich trotzdem wieder auf meine Dateien zurückgreifen, wenn ich mir ein neues Gerät hole. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann auch online mit dem Tablet irgendwie auf die Dateien... mit dem Computer auf die Dateien zugreifen. Aber hoffen wir einfach mal, dass ich das nie brauche. So, das war es jetzt auch schon mit meiner kurzen Übersicht, wie ich das Tablet, das Tab SX Lite und das mein Notebook für meinen Uni-Workflow nutze. Vielleicht überrascht den einen oder anderen, dass ich es nicht die ganze Zeit verwende. Aber für mich ist es eher etwas... Ich nutze es als eine Art Werkzeug. Wenn ich zum Beispiel finde, es ist effizienter, in die Folien direkt reinzuschreiben und mir die dann halt auszudrucken oder zu exportieren in die Cloud, dann mache ich das so. Mit Zusammenfassungen generell... Ich habe teilweise für dieses Semester manche auf Papier geschrieben, manche digital. Das Schöne ist halt, wenn man es digital schreibt, ich kann es immer noch ausdrucken und dann sind die auch wirklich scharf, wie ich festgestellt habe, wenn man sie zum Beispiel jetzt mit einem Laserdrucker ausdruckt. Und dieses Dokument sieht einfach top aus. Es sieht besser aus, als wenn man es handschriftlich schreibt. Und für sowas, wie wenn ich jetzt jemandem etwas erklären möchte. Wenn ich zum Beispiel in einem Zoom-Meeting bin mit Freunden und ich erkläre irgendwas, dann kann ich das auf dem Tablet schön schnell skizzieren, kann dann das Bild direkt am Tablet über WhatsApp-Web verschicken oder ich kann es auch in meinen Share-Tablet-Ordner stecken und kann es dann mit dem Laptop mit WhatsApp-Web verschicken oder halt am Handy. Das ist halt ganz cool, weil man halt sowas sonst... Na gut, man kann es auch auf Papier schreiben und kann es dann halt hinschicken auf dem Schmierzettel. Aber ich habe es inzwischen als sehr schön empfunden, das mit dem Tablet so zu machen. So habe ich auch wesentlich weniger Schmierzettel, wenn man das so sagen kann. Also, so nutze ich das Tablet. Ich bin sehr zufrieden. Vielleicht habt ihr auch gesehen, die Bildschirmaufnahme hat ab und zu so einen ganz kleinen Ruckler oder es lädt man im Moment, wenn man Dateien irgendwo hinschickt. Das hat zum Beispiel mein Samsung Galaxy S10 nicht. Das war ein Smartphone für ungefähr 700 Euro. Aber man darf nie vergessen, das Tablet kriegt man momentan für um die 300 Euro. Links sind außerdem in der Videobeschreibung. Das vergesse ich fast immer zum Tablet und auch zu meiner Hülle. Die verlinke ich auch mal. Die ist ganz schön. Dann kommt vielleicht irgendwann noch was dazu zum Zubehör. Generell hoffe ich, ich konnte euch weiterhelfen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Und ich wünsche euch noch ein paar Mal.